Let me show you just what I'm made of! So in ein Menschengefängnis, wo wir uns nur ein bisschen umgucken wollten. Und schon wurde jetzt ein Bosskampf von dem Chef hier herausgefordert. Er hat ja das Sagen und wir wollen, dass wir nach seiner Pfeife tanzen. Ja gut, dann knöpfen wir uns halt eben vor, wenn er unbedingt kämpfen möchte. Das Problem ist leider, ich wollte erstmals noch das Gepäck umsortieren hier. Da habe ich den Salat. Jetzt bin ich nicht vorbereitet für diesen Kampf. Scherke, Handlanger. Aber die können wenigstens nur angreifen, ne? Verzweiflungsangriff! Ja, bist du bestört, Mann! Alter! Wir können ja keine Fähigkeiten oder Zauber verwenden. Wir müssen das verwenden, was wir haben. Alter! Dann besiegen wir endlich einmal von denen. Okay. Hey! Lass das! Okay, das mal greift er normal an. Hey, der soll aufhören! Okay, einer von denen ist schon mal down. Alter, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nicht. Heilkraut. Auf mir selbst. Das ist das gleiche Geld auch für Maribel. Und Ruff greift in der Zwischenzeit an. Halter! Sonst geht's ja noch gut, ne? Dammt eh! Jetzt gehen die Heilkräuter mit der Zeit aus. Jetzt kommen wir wirklich zu einem heftigen Bosskampf. Jetzt dreht das Spiel aber richtig auf. Kaum fängt das noch so schwach an. Und jetzt gehen die ja ab wie ein Zäpfchen. Okay, ein normaler Angriff war das jetzt, aber trotzdem mit sehr viel Schaden. Shit. Heilkraut auf mich, mein letztes. Und sie hat kein Heilkraut mehr, das gibt's nicht. Können sie nur angreifen. Ruff hat wenigstens noch welche? Ja. Wir haben sogar noch ein Iktrasilblatt für den Fall, dass einer von uns dabei getötet wird. So. Dieser Spacko! Der wagt es! Jetzt reicht's! Den Handlager müssen wir jetzt endlich mal loswerden. Okay. Einer ist doch auch schon mal weg. Jetzt ist nur noch der Typ übrig. Aber der Typ ist trotzdem sehr stark. Alter! Ich dachte, den schaffen wir nicht. Wenn er so abgeht wie ein Zäpfchen. Ich hab kaum noch Heilkräuter. Müssen sie jetzt auf mich ja einen Heilkraut verwenden. Wir können aber jetzt jemanden mit einem Schlag besiegen. Klasse, ja! Das war klar. Das der trifft damit. Oh Mann. Nein! Das hat er ruft, dieses Iktrasilkraut! Nein! Arg! Oder hat sie vielleicht auch eins? Nö! Nö! Wir werden sterben! Und ich habe noch nicht mal dazwischen gespeichert, ey. Das muss ich hier wieder dann von vornherein, ne? Komm schon, besiegen wir ihn. Ja, jetzt verzeihst du unseren Kräfer und das war's. Das ist ja echt gemein. Oh, was? Ey, Maribel, wehe, wenn du ihn jetzt besiegst. Ne. Die Gruppe wurde ausgelöscht. Game over. Soran. Was sag ich dir immer, Clara? Du bist einfach zu gut, mir nicht zu weich herzig. Warum so? Darum sorgen, was mit ihm passiert, als sie ihren Schicksal belassen sollen. Hätten wir sie einfach in so einen Spurz kriegen lassen sollen? Wie lange hätten sie es wohl gedauert, bis die hat gefangen hätten? Samt auszuräumen. Pah, bin interessiert. Was? Bemerkt hast. Das sind Fremde. Wir wurden gerettet. Moment. Müssen wir da nochmal gegen ihn kämpfen? Habt ihr uns gerettet, oder was? Oh, hallo. Schön zu sehen, dass ihr schon wieder auf den Beinen seid. Ich hoffe doch, ihr seid nicht da zu lieb. Die hat, ich muss schon sagen, es ist fast nicht zu glauben, wie schnell ihr euch erholt habt. Es ist nämlich so, als würde die ganze Weile außer Gefecht sein. Wieso die Hucke vollbekommen hätte, wie ihr, wäre ich wahrscheinlich für mindestens eine Woche nicht mehr aus dem Bett gekommen. Das ist eben nicht gut. Geht, Schwesterherz, du solltest dich auswohnen, statt welche dahergelaufenen Streuner zu kümmern. Zoran! Klaura, bist du da? Dann hat es neu mitgebracht. Hier, das ist für dich, meine, das Idrassil-Tau. Das Einem sollte das Atem ein leichter fallen. Danke dir, ich kenne Idrassil-Tau, der ist unverschämt teuer. Wenn alles, das ist geschafft, daran zu ko- Oh, Entschuldigung, ich hätte erfahren gelassen. Lass mich dir einschenken. Hasimir, das geht schon, ich mach's selber. Oh, ich verstehe, du machst so Sorgen darüber, dass sie denken könnten. Tut mir leid, ich hätte achthanden sollen. Danke für die Herzen, Hasimir. Ich fürchte, es hat meine Schwester einiges an Kraft gekostet, viele Besuche zu unterhalten. Soll sie sich jetzt wirklich besser entlegen und ausruhen. Geh kein Grund, mich so anzuschauen, Soran. Dass es dir entgangen ist, ich versuche nur zu helfen, die Verliererzeitung verbringen, so schnell es geht. Das ist alles. Also, Clara, ich mach's auf den Weg, pass auf dich auf. Und dann nehmen wir uns auch noch deren Moneten. So Kasim ist Götzsch und ergebildete Heidi. Stellst du rum, als wir im Laden gehören? So getypt, dann kann ich einfach nicht ausstehen. Vielleicht es nur an seinen Klamotten, aber Kasim ist so, als es wirst, wenn man so ein Schwert umgeht. Fast nein, ich bin nicht rot geworden. Also, ich hab ein bisschen Fieber, das kommt bei mir schon mal vor. Du bist in den verknallt. Am besten, wenn ich mich zurückziehe und ein bisschen hinlege. Ja, tu das bitte. Ein barmherziger Samariter, der hat sein Vorbeikracht, hat ein Auge auf meine Schwester geworfen. Alle wissen das. Für wen hält er sich eigentlich? Ich späte sich als Retter auf. Jemand hat ihn gebeten, uns zu helfen. Auch immer, ich weiß, was abgesehen hat, wünsche ich sich nicht von gestern. Ja, auch wenn man niemanden bittet, man hilft ja trotzdem freiwillig, ne? Also, sobald die Fälle ich erledigt habe, bekomme ich den Ehrenplatz bei den Leibwächtern Hohenprästern. Richtig großartig. Naja, solange sie gefangen gehalten wird, hat sie keine Verwendung für Leibwächter, was auch der Grund dafür ist, dass sie befreien müssen. Hoheprästerin Nova muss um ihren Preis gerettet werden. Nun, der gute alte Mauser hat die Fälle im Geschäft, du belastest das nur mir. Du bist schon ein merkwürdiger Vogel, weißt du das? Wer bettelt den Sonnen-Situation wie dieser schon darum, Teil der Leibgarde Hoheprästerin zu werden? Merkwürdig ist daran gar nicht, eine Krise bringt nur Probleme mit sich, sondern birgt auch viele Möglichkeiten, sage ich immer. Ich mag es im Moment bloß ein ganz gewöhnlicher Kerl sein, aber wenn ich zeige, dass ich draufhabe, kann ich Leibgarde Hoheprästerin anschließen und dann habe ich es meines Lebens ausgesorgt. Gut, enttäuscht mich noch nicht. Ich habe viel Vertrauen in die Fähigkeiten bewiesen. Die Zeit ist gekommen, sie sinnvoll einzusetzen. Hm. Ey, ich kenne euch doch, ihr wart doch, die Danko kräftig auf dem mitbekommen haben. Na, eins muss ich euch lassen, ihr habt euch zumindest Wacke geschlagen. Apropos, da wie ich da sollte und ich ja, wie gesagt, mitbekommen habe, dass ihr euch zu wehren wisst, wollte ich euch einen kleinen Gefallen bitten. Wäre großartig, wenn ihr in die Höhle wirst, wenn ihr sich von ihr begleiten würdet. Das ist der einzige Weg, über den aus diesen Drecksuchern entkommen und so als Neuabteil geladen kann. Genau, da muss ich hin, um was Wichtiges zu erledigen. Und können Sie euch erwarten, nicht, dass laut schmutzig macht. Hier, das Bratschel gehört euch. Ist das, was ist das? Ein roh behauenden Stein. Nötz den, wenn ihr verwundet werdet und den Willkommunis seid ihr wieder auf dem Damm. Gut, damit wir von allen Kram lesen, wir dann mal Okay, Mauser schließt sich uns an. Ich schwöre zu mir, wir können uns hier in der Stadt noch ein bisschen noch genauer umgucken. Mann, dieser Stauser, der wieder auch immer heißt, also dieser Stänker, den Typen werde ich es zeigen. Der hat uns auch nicht ausreitiert. Warte nur, bis wir wieder unsere Fähigkeiten haben. Ich sollte aber vorher meinen Beutel wieder unsortieren. Also mein gerätes Gepäck. So. Den Pferdemiss vor allem sollte ich jetzt in den Beutel stecken. Alter. Zauberwasser kommt jetzt zu Maribel. Hätte ich das vorher gewusst, was da abgeht? So, und jetzt das ganze Moment, Prismatau. er weiß, wofür das nochmal war. So. Noch ein weiteres für sie. Ach ja, ich brauche auch noch welche wieder. noch ein weiteres. Und Ruff kriegt auch noch welche. Mehr können wir eh nicht machen. Vielleicht mache ich erstmal meinen Beutel komplett voll, sodass ich, sodass alles andere im Beutel kommt, was nicht benötigt wird. so nehme ich alles nicht von selbst in die Hand. So. Okay, das passt. Bloß gut, dass wir mein Gold nicht abgenommen haben. Alter, dieser verflixte Dreckskerl. Warte nur, das zahlen wir dir heim. Ich weiß nicht, können wir da durch zu ihm gelangen? Ich glaube, fast eher nicht. Nee. Keine Chance. Obwohl doch, da war er nämlich, Tatsächlich. Hey! Allererseits, meine Kollegen sind immer noch ganz wund von der kleinen Leidz, die ich euch erteilt habe. Trotzdem muss ich sagen, ihr habt Wummen in den Knochen. Wenn dem nicht so wäre, werdet ihr jetzt nicht stehen, mit mir zu reden. Ich glaube, ich bin eure Erklärung schuldig. Die Politik, die ich verbreitet hatte, hat schon einen Sinn. Es ist wichtig, für uns jetzt ein Exempel zu statuen, um Leuten hier zu zeigen, dass ich weich geworden bin. Ich nicht ab und zu den Muskeln spielen lasse, fangen die Leute wirklich an. Ich habe meine Entscheidungen zu kritisieren, das kann ich nicht zulassen. Warte nur, dich kritisieren. Was ist überhaupt mit den Mädeln? Hey, raus hier, das... Dein Liebesnest von Stark und mir und ihr seid ja absolut unerwünscht. Liebesnest? Liebesnest? Oh mein Gott. Also, das ist doch seine Geliebte. Pff. Mit so einem aufgeblasenen Muskelprotz wie dem? Ja, es mag zwar Sinn geben, dass du... Dass du ein Exempel statuieren musst, aber doch nicht auf die Art und Weise, ne? Weißt du? Was ist das jetzt doch mal für ein Laden? Ist da wenigstens was drin? Oh, Moment. Ich finde, hat das nicht auch ein Kunde jetzt hier gelassen und... Ja, okay. Was? Aber das ist ein Fragment, das benötigen wir. Was soll das denn? Klar, wir dürfen doch uns lieber das Fragment... Ich darf das Fragment nicht aufheben. Das ist nicht euer Ernst. Fragmente benötigen wir doch. verflixt noch 30 Goldmünzen und das heißt, dass ich zahlen kann. Und vielleicht es jetzt wird duften. Goldbank hinter den Regenbogen. Ach, ich kann ja mein Geld einzahlen. Soll ich das? Ne, ich lasse es. Jetzt haben wir zum ersten Mal... jetzt gibt es hier... Jetzt finden wir zum ersten Mal auch eine Bank vor. Immerhin. Aber ich komme... Ich weiß jetzt, dass das Fragment hier ist und ich komme einfach nicht daran. Stanko hat zwar Kat gemeint, Skublos, aber bei Kat zieht er die Grenze. Weil du jemanden niederstrecken solltest, ohne einen wirklich guten Grund dafür zu haben, würde Stanko nicht den auswerfen und den Monstern überlassen. Ja, den Typen knüpfe ich mir irgendwann noch vor. Das schwöre ich. Der kriegt noch eine aufs Maul fett, diese schuldige Tat. Auch noch Gifts und viel. Oder wenn ich nur daran denke, wirst du wahrscheinlich von euch sprechen, oder? Ja, du bist du, dass jeder hat von den Seelenräuber gehört, auch wenn er mir fast lieber wäre. Ich würde nichts davon wissen. Der Seelenräuber, noch eine Mini-Medaille. Ist das euer Ernst? Kann uns dieser Typ wenigstens auch ein Kampfer behilflich sein gegen die Monster, oder ist er einfach nur wieder kommt er einfach nur wieder so einfach mal nur so mit. Ist das hier die Schenke? Ja, auch von der anderen Seite aus. Wenigstens wieder mit ein bisschen Gold. Ich muss tatsächlich mal 5000 Münzen zusammenkriegen, um mir diese anderen Rüstungsgegenstände zu kaufen. Das Arad wird meist aus Stankohr keine Seelen Stare dulden erstrickt gegen die übermäßig Ausbeute und Erschwachen. Und da hier im Ort der Boss ist, wird er auf absehbarer Zeit keiner den Seelenräuber anruhen. Niemand würde es wagen, sich Stankohrs anrufen und zu widersetzen. Ich würde es wagen, hä? So ein Typ wie der der absichtigt zwar nicht wirklich was Böses, aber trotzdem So ein Typ, der gleich ein Exempel statuieren muss. So, das ist dein Itemladen. Komm, kann ich euch helfen. Ein Diebeschlüssel! Ein Gottverdammter Diebeschlüssel! Kann man den nur einmal nutzen? Ganz egal, ich hole meinen. Der kommt in den Beutel. Gottverdammte Scheiße! Jetzt brauche ich wieder 5000 Münzen, um mir das ganze Zeug kaufen zu können. Ei, 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 aber was soll's, ich habe wenigstens jetzt einen Diebeschlüssel, damit kann ich geschlossene Touren öffnen. Allerdings werde ich jetzt nicht zurückgehen und all diese Touren, die ich verpasst, die ich nicht öffnen konnte, nochmal versuchen zu öffnen. Das würde viel zu viel Zeit beanspruchen. 100% wird da jetzt nicht unbedingt gemacht. So, hier kommen wir also raus. Da führt es also Cesar gerade hin. Ich muss auf die andere Seite, aber so komme ich hier raus. ist ja wirklich furchtbar. Dieser Typ ist ja wirklich krass drauf gewesen. Gut, aber jetzt können wir wenigstens uns hier wieder umsehen. Also in die Hülle wollen wir rein, ne? Tja, gut. Dann nix wie rein da, ne? Moment, ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Geht nicht. Verdammt, jetzt habe ich natürlich Ach, lasst mich in Ruhe. Ey, wo ist hier der Eingang? Toll, jetzt habe ich mich total verlaufen. Ich den ganzen Monstern entgehen wollte. Ah, er kämpft auch mit, das ist gut. Aua. Na, wartet ihr. Immerhin. Haben wir doch jemanden, der, einen Partner, der zu dem Kampf unterstützt. So, aber ich muss darauf achten, dass ich wirklich auch das Gold zusammenkriege. So, dann werde ich jetzt viele Kämpfe, möglichst viele Kämpfe bestreiten. So, die westliche Höhle. Was zum, oh man, schon wieder dieses Monster. Die Furunkel. Also, er ist auch immer sehr, er heilt auch eigentlich, anscheinend immer sehr gern. Ach, verflixt. Oh, rast Mario nicht, wer, die, die halt, die halt dieses Mal anscheinend viel mehr aus. Wir kriegen aber nur so wenig Münzen. Ich wünschte, man könnte ihren Goldrollen finden. Oh, was haben wir denn da für ein Monster? Boomantis? Hm. Irgendwie sieht das aus wie eine Mischung aus seinen Dämonen und ähm und eine Gottesanbeterin. Ja, selbstverständlich Gottesanbeterin. So. Oh! Und auch noch Panzerskorpione. Oh man. Oh man. Hier stehen wir vor ganz besonderen Feinden. Wow! Critical Hit, man. Krass drauf, der Gute. Das gefällt mir. Da kommen jetzt noch Skorpione selbst. Also Panzerskorpione selbst, ne? Meinetwegen. Mal sehen, ob wir sie wieder in einer Runde bezwingen können. So. Das passt. Wir müssen uns wirklich an den Gedanken gewöhnen, dass jetzt, äh, Wow! Dass jetzt Skis mal nicht mehr an den Start ist. ist echt schade. Mit dem haben wir schon wirklich viel durchgemacht. Er ist mir recht sympathisch geworden. Er ist mir ins Herz gewachsen. Ei, 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 ei. Es sind immer verschiedene Monster. Das ist wohl eine Anspielung an die Klasse. Weil sie alle verschiedene Klassen haben. Ja. Beteiligt sich auch noch mit einem Messerangriff. Leider Gottes hat er weniger Angriffskraft als vier beide. Das ist schlecht. Da kommen wir nur durch, wenn... Ja, uns bleibt keine andere Wahl. Da geht's zu einer anderen Treppe. Wird das jetzt hin? Diese ganzen Wege, ey. Zu viele Kämpfe möchte ich jetzt auch nicht meine Zeit verbringen. Ich weiß, ich möchte möglichst viel Gold sammeln, aber... Ich muss nicht übertreiben. Oh, Mann. Na, okay. Wenn ich in einen Kampf komme, muss ich den Kampf wohl machen. Ich hoffe, dass ich bald mal eine Möglichkeit bekomme, mehr Gold zu bekommen. So. So, greif ihn an. Warum hat er ihn nicht angegriffen? Hat er jetzt nur Heilkraut eingesetzt? Ist er Heilkraut eingesetzt, oder was? Ja, die automatischen Partner machen ja meistens nicht wirklich was. Da ist nichts. Wozu ist... Gibt es hier diesen Weg überhaupt? Hm. Vogel ist auch wirklich ein ekelhaftes Monster. Hm. Führt das hier wieder Zeug? Oder wie führt das jetzt genau hin? Was war denn mit der anderen Treppe? Oh, ich sehe schon die andere Treppe wird wahrscheinlich hingeführt zu der Sackgasse, wo es etwas gibt. Und ich sehe auch gerade in der Höhle gibt es keine Fragmente. Nur in der einen Stadt kriegen wir einfach... Oh! Wir wissen auf jeden Fall, welche uns jetzt fehlen. Da wüsste ich so gerne, wie wir bei dieser Auskaufungsstätte das eine Fragmente kriegen können. Wahrscheinlich kommt das erst später dran, wenn wir erstmals das Geheimnis, dieses Schädels ergründet haben. Verschwinde doch da weg, Mann. Nein! Alter! Oh, Mann! Es ist so schwer, voranzukommen. Ich meine, heilt er uns kräftig. Wir können ja unsere Heilfähigkeiten auch nicht mehr verwenden. Gar nichts. Wir können nur attackieren. Attackieren und nochmals attackieren. Es ist echt schwer, wenn man so kraftlos ist, gerade. ist echt beschissen, so was. Was soll man machen, ne? Der Seelenräuber hat das eingebrockt, ne? Den gilt es also zu bezwingen. Aber wie sollen wir das... Naja, wenn wir eh stetig mit Heilkräutern versorgt werden durch unseren Partner, hat wieder nicht angegriffen. Hm. Weg da! Nein! Hm. Ich könnte wirklich eins dieser besseren Waffen gebrauchen. Da könnte ich umso mehr Schaden austeilen. Aber der Bumerang ist ja wenigstens auch praktisch in dieser Situation. So, nochmal zurück hier. Wenn wir dabei den Giftsumpf überqueren müssten. Was soll's? Wir werden ja laufend mit Heilkräutern versorgt von unseren Partner hier. Boah, Mariebelle, eh. Was geht denn? Gehst du da richtig ab, Mädel? Alter, auch hier mit drin. Das hasse ich so. Ach. Manchmal greift er einfach nicht an oder tut gar nichts. Oh, Level up. Wahrscheinlich für Ruf oder für mich? Nein, für mich. Alter! Langsam kriegt man hier zu viel. Alter! Tschüss! den Critical Hits solltest du auf jeden Fall auch beim Boss verwenden, ne? Ich hoffe, ich komme mal jetzt voran, ohne stetig vom Monster attackiert zu werden. Er biegt wieder Situation ab, statt dass er selber attackiert oder selber eine Aktion verwendet. Wo hat dann diese eine Treppe hingeführt? Ich hoffe, die führt mich wirklich zu einer Sackgasse. Nicht, dass ich jetzt hier umsonst gehe. Oh. Ja, tatsächlich führt zu einer Sackgasse. Ach, aber leider ohne Belohnung. Also bin ich ja völlig umsonst, bin ich ja fast umsonst nochmal zurückgerannt. Ich muss mich jetzt wieder den ganzen Monstern hier mit den ganzen Monstern befassen. So. Aber die geben wenigstens ordentlich Gold. Ach, geh doch nicht wieder da zurück, du voll Depp. Ich wünschte auch, dass sie irgendwann mal auch Metallschleime auftauchen würden. Die haben wir auch noch nie gesehen bislang. Und die müssen wir noch wild treffen, ne? Diese Arten vom Monster. Ha, und er ist einfach runter stürzt. Nice. So. Da oben ist eine Treppe und hier ist ja, die Treppe haben wir bereits vor dort sind wir ja bereits gekommen, ne? Und hier haben wir uns schon ungesehen. Das heißt, wir müssen hier rauf. Erstmal sind diese Skorpione vorbei. So. Volle Kanne hier. Keine Gnade für den ganzen Monster hier, ne? Ah. Ihr seid schon echt ein lästiger Haufen. Diese Verunkel sind zwar hässlich, aber schwach in allgemein, wie es scheint. Alter, ja, taucht direkt wieder von meiner Nase auf. So. Hier gibt's schon Schleimretter. Nein, nein. Maribel greift die beiden bitte an. So. Ach. Der weht wieder Situationen ab, statt dass er mal angreift. Ja, wenigstens. Wenigstens macht er ein bisschen wieder was. Du musst natürlich noch Rohr von mich heilen, ne? Vergiss das nicht. Hm, Giftsimpfe überall. Kommt hier gar nicht durch, das führt auch zu einer Treppe. Die führt allerdings nach unten. Schon wieder Treppe, boah. Das Ganze ist wieder in ihr Garten. Sonst was. Oh, Moment, das ist ein neues Monster. Was bist du denn feiner? Ein Quickenier. Ein Teufelsschwein. Ist klar. Dankeschön. Oh, und der hält ganz schön was aus. Beeindruckend. Aber jetzt ist Schluss mit dir. Wieder fortgeschleudert wird. Hm. Führt das alles bloß hin? Ach, komm, die Treppe doch wenigstens erreichen können. Boah, ich weiß echt nicht weiter. Ich wirklich als es gehen sollte. Wenn es hoffentlich zu einer Sackgasse führt, dann gehe ich nochmal zurück und untersuche dann die anderen Wege. Oh, Mann. Moment, was? Hey, Moment, das kommt mir so bekannt vor. Waren wir hier nicht schon mal? den Wikiknie hätte sie lieber angreifen sollen. Egal, so. Hm. Moment, das kommt mir so bekannt vor. Ey, das ist der Weg, dem wir sind tatsächlich wieder zurück. Das Ganze ist hier nur im Kreis gelaufen an der Stelle. der richtige Weg ist wieder wahrscheinlich bei einem der Gift sind wir ja, klasse. Man muss also immer dieser Giftspur folgen, also über den Giftspur laufen und nur dann, damit kommen wir dann ans Ziel. Was? Warum passiert nichts? Komm schon. Ach. Schaffst du es denn nicht uns zu heilen oder was? Wo sind wir jetzt? Das ist eine einzige Sackgasse, ne? Hier scheint noch nicht mal was zu sein. Ach, lasst mich doch. Ja, greift nur nicht an. Von mir aus. So. wenigstens geben die mehr Gold als die meisten anderen. Und hier ist noch nicht mal was. Hier ist kein überhaupt nichts. Ich bin hier also wieder falsch. Umsonst wieder Schaden genommen, also Feldschaden genommen hier. Ein paar Schleimritter. Ja, das war gut, nehme ich mal an. Jawohl. So. Oh nein. Wir müssen hier lang, ne? Obwohl, dich nehmen wir uns auch nochmal vor. weil er bringt mehr Geld als alle anderen. Ach, komm. Kannst du nicht mal treffen, Mann. Ich weiß, er ist nur als Sidekick-Roll, aber trotzdem. Ich wollte nur überprüfen, ob da eine Schatztruhe ist. Nehmen da so viel Schaden durch das Gift, ne? Boah, ruf erst. Bitte heilen doch, Mann. Heilen! Nicht angreifen! Alter, auch das noch! Hm. Bloß raus da. Und weiter. Das sieht schon eher linearer aus. Ich glaube, fast wir stehen vor einem Boss, ne? Aber ob sich dem bewahrheitet, finden wir dann im nächsten Part heraus. Also, was ich sagen will, ob dem so ist, finden wir dann im nächsten Part raus. So, erst mal das heil. Ich mal die Gruppe wieder komplett. Ja, so ziemlich, das reicht auch. Und ja, wie immer, wenn es zu gefallen wusste, bitte ich dir ein Daumen nach oben und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also, seid gespannt, klickt rein, euer Crush for the Vigitinein, bis nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 7 Fragment der Vergangenheit. Also, viel Sinn und Tschüss, Leute.